hallo zusammen heute abend würde ich euch gerne die astrolux ft 03 mit 4300 lumen und 735 meter leuchtweite mit nachtaufnahmen vorstellen befinde mich gerade bei uns auf dem sportplatz ich rente die taschenlampe mal langsam hoch hier vorne seht ihr das erste tor das circa 15 meter von mir entfernt mal hoch bis auf die höchste ramping stufe das zweite tor von mir aus circa 120 meter entfernt also kann man schon einiges erkennen jetzt gehen wir mal auf doppelklick turbo 4300 lumen die bäume die im hintergrund seht sind circa 140 meter von mir entfernt also man kann alles super ausleuchten viel power die aus der taschenlampe kommt vielleicht ist mit 735 meter angegeben ich sag mal gut sichtbare leuchtweite bei der taschenlampe hier sind so circa 200 meter und ich denke das ist auch völlig ausreichend seht euch das an wie hell das ist ein wahnsinn wie gesagt die bäume da im hintergrund 140 meter entfernt alles klar und deutlich zu erkennen so ich hoffe die aufnahmen haben euch gefallen lasst mir noch einen daumen nach oben da und ich würde sagen bis bald mal wieder ciao ciao